Lass mich doch an zwei Joystick spielen! Joy ! Joy ! Alter, ihr hätt wohl das krasse Wort bekommen, der Wichser! Hallo, Leute. Geil. 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 Wir spielen gestern. Und da muss schon ein Bauer bauen. Genau. Ein Bauer. Ein richtiger Bauer. Und es sind ganz viele Leute dabei. Aber wir sind nämlich die sieben Peets, Alter. So sieht's aus. Ja, haben wir hier Leute. Hallo! Also, wie sagt's? Zander ist dabei, Gio ist dabei, Clip ist dabei, Cuddle ist dabei, Kiwi ist dabei, Klinger ist dabei. Eigentlich sind wir alles Peets. Oh, Junge. Hi, Pete. Was ist das, Alter? Ja, das ist hier, die... Nein, genau! Das war so klar, Alter. Das war so klar. Was soll das sein? Was baut der da? Lili Krupp. Der geht alle in mein Sichtfeld. Boah! Was, wo schlägst du? Dann geh ich aus Versehen in dein Sichtfeld. Hä, was ist das denn? Boah, ich schwöre, du kleiner Bastard. Was soll das denn dann? Oh, ich weiß, was das ist. Was soll das? Hallo! Hä? Hä? Boah, lass mich doch in Ruhe. Was ist das denn? Hä, was ist das denn, Alter? Warte mal, du kannst das Leute schicken, Alter. Ja, aber so ist lustiger. Boah! Was soll denn das sein? Was? Was? Hä, was war's denn jetzt? Hä, was ist das? Warum baut der das so behindert? Was war das denn jetzt, Alter? Boah! Wie kann man das so bauen? Nein! Was ist denn das jetzt? Ich hab's auch nicht mitbekommen. Helikopter? Hä? Darauf kommen nur Behinderte. Was ist doch kein Helikopter, Alter? Hu, 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 hu. Hu, schau. Oh Scheiße, Alter. Oh Scheiße, Alter. Oh mein, Alter. Haha, Manuel ist behindert. So, ich muss jetzt das bauen, ne? Hallo. Hi, Pete. Oh Gott. Okay, das sollte relativ... Grüne Wolle. Es sollte auf jeden Fall relativ einfach sein. Hä? Was denn? Das kann man einfach erkennen. Ja, jetzt fällt es mir ein. Was? Hä? Ja, Alter, das ist schon... Bist du behindert denn im Kopf, oder was? Halt mal deine Mauer, Junge. Ist schon ein bisschen einfacher. Oh, oh, ja, okay. Wir sollen alle Mauer im Kopf gefallen. Ich hab's hinbekommen, Alter. Was soll das sein? Das ist eine Rose, Junge. Sag das doch noch nicht. Boah. Ach so, Alter. Ich dachte, wenn einer das errät, ist das okay, weil die schreiben das eh in den Scheiß-Chat rein, ne? Ich war der Erste. Boah, Alter, hier gehen alle! Die Schwarz-Dose, die Blödsinn! Hä, was ist los mit dir? Ich hab auf jeden Fall die Regeln jetzt verstanden. Man oder Tourette? Tourette Ma! Tourette Ma! Tourette Ma! Hey, Dio, das ist lustig, weil das eigentlich gar nicht der Subtitel ist. Was ist das? Oh, Gott. Das ist ein... Was? ...grüner Block. Das sieht aus wie... ...Weed. Was soll das sein? Was soll das sein, Alter? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn los mit dem? Ich weiß es nicht. Eine iPod. Was war das? Monster! Auf jeden Fall, Alter. Wo ist Xander dran? Xander, sag das Wort, wir helfen dir. Xander, ich gebe dir jetzt drei Sekunden. Fisch! Komm, sag es! Fisch! Boah, ja fuck, Alter! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Gar nicht! Boah! Was ist das? Was ist das denn? Ne! Felix! Was ist das denn? Zockerwatte! Hä? Hä? Gesicht! Pinkes Zeug! Kadel! Kadel! Ja? Nix! Siehst du? Das sah gerade besser aus, Alter! Was ist das denn? Hä? Was ist denn los mit dir, Alter? War das denn? War das denn? War das denn? War das denn? Hast du damals den kunstlich aufgefasst, Rongo, Alter? Hä? Hä? Wie erraten die das denn schon? Wer? Hä? Was labern die? Hä? Ich kann euch nur das... Ich kann euch das... Hä? Was ist das denn? Okay. Du bist unqualifiziert. Du bist unqualifiziert. Boah! Fleisch, Alter! Hä? Boah! Fleisch, du! Oh Gott! Was ist das denn? Eigentlich würde ich ja sagen, da kann es mal drauf kommen können. Das ist lustig, weil das sieht so aus an dem Fleisch, Alter. Oh nein! Ja. Oh, immer wieder diese Luftbauer, ne? Diese Luftbauer, ne? Nö! Boah! Das ist so... Das ist so... Das ist so... Ey, bleib stehen! Was ist das? Säulen. Was soll das sein, Kilian? Ein Helikopter. Ein Helikopter. Loch. Hä? Ein Loch! Das war vorhin kein Helikopter, das war doch ein Hubschrauber, Leute. Ja. Ah! Deshalb! Hubschrauber. Hä? Was ist denn das, Alter? Was? 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 Hä? Ja! 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 Boah, war das einfach. Hä? Was ist das? Also, wer das nicht weiß, ist echt dumm. Ja, okay, ich bin richtig dumm. Ich bin auch wahrscheinlich richtig dumm. Das ist voll einfach, ja? Was ist denn das? Was ist das? Jetzt haben wir nicht so auf die Kette, Alter. Ich kann keine Itemframes benutzen. Hä? Tintenfisch, Alter! Da hättest du mal noch nie drauf kommen können. Schwarzer Tintenfisch, Alter. Das ist ja auch Arschlecken, Alter. Weißt du jetzt, wie die bei dir aussehen? Das hat niemand erraten, einfach. Boah, keine kleine Missgeburt, Alter. Ich hab deine Mutter vergewaltigt. Mama! Der Plumpsack geht um, wer sich umdreht oder lacht. Boah! 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 Was denn? Dauer? Ah, ne. Eisenblock. Ich hab noch kein einziges Wort erraten. Ich hab einen Punkt, Jungs! Mikrofelle! Mikrofelle! Ich glaube, ich bin netzter, Alter. Boah, wir sind die Könige, Alter. Was ist das? Eisenblock. Kreis Haus, Alter. Meine Aufgabe ist, dich zu nerven. World Trade Center. Da kenn ich mich aus. Hä? Meine Aufgabe ist, dich zu nerven. Ist einfach ein Block. Ne, da steckt was hinter. Da steckt was hinter. Da steckt was hinter. Da steckt vor Frieden. Hä? Was ist das denn? Ah, ja, ja! Ne, doch nicht. Hä? Was soll das sein? Hä? Hä? Ja! Hä? Was, dein Ernst? Der hackt. Der hackt, der guckt gerade in die Datenbank. Wuuu! Was ist das? Jetzt sind ja nur 400.000 Wörter in der Datenbank. Die hab ich jetzt mal eben kurz gesehen. Hä? Was soll das denn sein? Hä? Hä? Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nur der Eingang ist ein bisschen scheiße. Das ist nur ein Eingang. Ja, eigentlich schon. Ah, ah! Hä? Was? Tresur! 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 Ne, war scheiße. Oh, das ist doch kacke. Wie soll ich das denn machen? Hey, hey, hey! Wer ist erster? Wer ist erster? Ich! Sag meinen Namen! Sag meinen Namen! Hä? Michael der Stricher! Wann hab ich denn zwei Punkte bekommen? Wann hab ich denn zwei Punkte beim Bauen, Alter? Geil! Kriegt man vom Bauen? Ja gut, dann wär ich auf jeden Fall nicht letzter. Hä? Oh Gott. Er ratet das, damit ich Punkte krieg. Hä? Was soll das sein? Hä? Das ist doch voll einfach! Ja? Was ist das denn für ein Material? Ja, mein ist das. Mann! Oh, oh, oh! Was soll das denn sein? Schnee, 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 Schneeblocke! Äh! Komm! Bau dir doch mal rund! Ja, bau du mal rund! Mann, Alter! Das ist witzig, weil das nicht geht! Ah, 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 ah! Tresor! Moment, warte! Warte! Wie Gio lacht! So geil der Typ einfach, ey! Yo! Chill! Ey, was soll das denn sein? Mikrowelle! Wir schreiben die ganze Zeit in Mikrowelle, Alter! Immer der gleiche! Das ist ein Eiswagen, Alter! Ja! 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 Klatsch! Yo! Ey! Oh! Hä, was soll das? Was ist das? Irgendwas macht der? Ja, Alter! Was ist denn los mit dem? Was ist, was ist? Hä? Wie soll der denn sein? Junge, bei dir läuft nicht! Bei dir läuft nicht? Der ist eigentlich richtig gut! Ich kenn den, der spielt voll oft auf Funville, Alter! Aber der... Der macht extra schlecht jetzt einfach! Der will uns demotivieren! Was soll das sein? Mülleimer, vielleicht der neue Mac Pro? Nee, nee, wäre Spaß! Hä? Achso! Oh, oh, oh! Was ist das? Ja, warum baut ihr die Mitte aus? Das sehen wir nicht! Das sehen wir nicht! Das wäre so ein dummer Spaß, Alter! Dass meine Mutter den nicht geschlagen hat! Oh, die Scheiße! Das klotzt einfach! Dass die Mutter sich nicht schämt! Jetzt kommt's, Alter! Gleich bin ich schämt! Manuel! Oh! Zylinder! Alter! Oh, ich bin raus! Ich bin aufgeregt! Oh, Scheiße! Ach du Scheiße! Was hab ich da so... Sag das Wort! Sag das Wort! Wir helfen dir! Umschnalldildo! Hm! Von Manuel's Zmar! Hä? Oh! Verschrieben! Umschnalldildo! Nein, warst du nicht! Na, bei wem kommt grad Mutti? Von Manuel! Nein! Gehört! Nein! Echt! Was ist das? Gold... Gold! Hä? Ey, warte mal ganz ruhig! Was ist das? Goldkette, Alter! Warte, einen Moment! Da ist bestimmt jemand anders, was gar nicht aus Goldkette ist! Ja! Aber wenn's einfach Kuddel ist, braucht er einfach aus Gold! Ja! Zwangs-Ehe, Alter! Das ist Zwangs-Ehe! Das ist ein Ring! Er ist ein G! Junge, das ist ne Krone! Ja, bau höher! Bau höher! Zylinder? Das soll ich... Zylinder? Das ist ein Hut! Digga, das ist gar nicht so schwer, aber das ist doch schwer zu bauen, glaube ich! Ja, also doch schwer! Ey, Manuel, schreib mal Lily-Craft, Alter! Okay! Ohohohoho! Nein, Manuel, das ist nicht Lily-Craft! Aber guter Versuch! Hommarsch! 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 Hey, was ist das? Das hat Early-Mor-Aster für dich einprogrammiert, Alter! Ohne Scheiß! Wie geil, Alter! Hä? Das ist Lily-Craft! Kabel, du bist unfähig und wurdest entlassen! Ohhhh! 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 Warum hast du zwei Hoden gebaut, Alter? Zwei Hoden! Willst du mich verarschen, was gehe ich denn für Wörter? Wahrscheinlich sowas wie Sonne oder Mauer. Boah, Junge, da warst du halt... Los, Junge! Oh, Manuel, hör mal auf, die ganze... Mit sohn zu stehen! Ey, du Kleine bist gewohnt! Ich hasste dich, Mann! Das ist lustig, weil der die ganze Zeit in Manu steht! Geil! Manu, wie sind das, Mann? Hallo! Geil! Ja, du bist einfach gegangen! Okay, tschüss, Gio! Und das Wort? Das Wort war mir zu schwer! Motorrad! Ey, Mannu, bist du das Letzter? Ja, geil! Was war denn das für ein Wort? Boah, die zwei mit Down-Syndrom, ey! Motorrad! Motorrad! Geil! Bau doch jetzt! Das ist einfach nichts! Ach, schade! Richtig! Richtig! Hä? Ja! Stimmt! Ja! Genau! Genau, Alter! Ich denke, die reden nicht miteinander! Nein! Hurensöhne! Ey, komm! Du müsstest jetzt eigentlich auf dem Test gebannt werden! Tja, scheiße! Masar-Hurensohn nicht mit Erde, du Hurensohn! Was soll das denn sein? Skelett! Ja, komm! Ja, der hat schon drei gebaut! Scheiße! Das ist auch ein Skelett, Alter! Ich schreib dir jetzt mal cool! Ich wette, das ist Lillicraft! Skilled! Ja, ich schreib nicht! Lillicraft! Ja, Manuel! Das ist nicht Lillicraft! Knapp! Knapp! Irgendwann hast du richtig! Was du hast? Fair-Lift! Das ist lustig, weil es nicht stimmt! Fair-Lift! Ey, iPhone schreib mal mit i klein, ne Manuel! Ja, ich schreib nicht auf dich, Alter! Was ist das? Das ist ein Tapete, Alter! Ne Tapete? Hä, was baut der denn, Alter? Toilette! Muchen! Muchen! Muchen, Alter! Muchen! Muchen! Boah, Kattelkön im Missgebot, Alter! Hör auf jetzt! Was ist das? Klettergerüst, Metergerüst, Alter! Was ist das, Alter? Ey, das sieht aus wie Arme Wittler, Alter! Ah, Alter! Das ist der Ice-Cream, Junge! Ice-Cream! Boah, Misha, geh doch endlich aus mir raus! Alter! Misha, geh doch aus mir raus! Das ist Peter, Alter! Kennt ihr Kajo? Kennt ihr Kajo? Kennt ihr Kajo? Der hat auch so ne Glatze! Ja! Was soll das denn sein, Alter? Boah, Misha, du kleine Missgebot, ne? Das ist Peter, Alter! Peter! Peter! Wie Manuel dich einfach auf die Idee kam, mal F5 zu drücken, Alter! Oh! Oh! Was ist das? So ist es lustiger! Was ist denn los mit dem Jungen? Ah! Was ist da los bei dir? Ah! Ah! Guck mal, hier gehst du ja unten, Misha! Was war das? Luft Nummer 3! Ja, komm! Wow, ich bin... Hallo? Hallo! Oh Scheiße! Oh Mann, du lauf da nicht da unten in meinem Bild rum! Oh Mann, du lauf da nicht da unten in meinem Bild rum! Aufsache Mann, du steht jetzt einfach im Feld! Tschüss! Tschüss! Ich tschüss! Das war klar! Brothers! So! Ja! Richtig! Anderes Wort dafür! Ah! Okay, jetzt wollte ich hier... Äh... Hä? Was? Baudor! Baudor! Der ist immer klein! Oh Mann, der Dreier! Baudor! Baudor! Alter, ich schwör's dir! Der Pimmel da ist würzdig... Warte, wir patschen dir das eigentlich gar nicht auf deins... Hä? Der Pimmel da ist wirklich gut! Weißt du, was ist denn hier? Weil... Was ist denn hier? Ah, das ist ein bisschen Hantel, ne? Nein, und dann ist es hier... Hä? Ah, ah, ah! Ich versteh das nicht, Alter. Hä? Ich bin einfach zu blöd. Was ist das? Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ah! Ja! Joa! Joa! Oh! Alter, er hat wohl das krasse Wort bekommen, der Wichser. Der Wichser! Holz, 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 Holz! Ich bin der Erste von unten, man. Bam, bam, bam! Und alle schreien Molz! Streichholz, Alter! Molz, Molz! Molz! Haus! Küche! Ist egal, ob groß oder klein. Was macht der denn da, Alter? Was macht der denn da, Alter? Vielleicht ist das eine Badewanne. Farid Bam, ja. Ich glaub, der ist einfach dumm. Farid Bam, Alter! Das hat Malu geschrieben. Hä? Farid Bumaye! Ah, ah, ah! Farid Bumaye! Ah, ah, ah! Ein Bogen! Ja. Was soll das denn sein? Was? Klängern, du cheatest doch! Ditter Schranz! Ditter Schranz! Klügste Mensch auf der Welt! Ich bin so klug! Ich bin so klug! Ich bin so klug! Hä? Das sieht aus wie Maluz. Ah, du darfst gerade nicht schreien. Ha? Nein! Was? Alter, klängern, du schuld! Ey, wer das nicht erkennt, ne? Also... Nee, ganz ehrlich. Nee, ich bin so klug! Das ist ne Tafel, weil da wird Micha lernen. Du hast bestimmt ne Luftmatrazie. Hä? 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 Das sieht aus wie... Jawoll, Alter! Ja! Was? Das erste Mal, Alter! Ah, warte! Ja! Was? Deutschland! Deutschland! Joko! Oh! Ist mega simpel, Alter! Playmobil! Playmobil! Ja, aber das war klar! Ist das lustig, weil's nicht stimmt? Nein! Ja, das ist lustig, weil's nicht stimmt! Rego, Alter! Lego, der gerade wohne ich! Legolat! Ja! Geil! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Guck mal, ich bin jetzt! Wir sind alle dumm wie Scheiße! Dumm wie Scheiße! Warte! Hätte ich mal in der Schule besser aufgeregt! Fünf Punkte! Ja! 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 Das war's mit Guess It auf dem Fun-Videos-Service! Ich war erst noch! Und äh... Ja, wir waren die sieben Peats und wenn ihr mehr von den sieben Peats sehen wollt, dann lasst uns das wissen! Haut rein! Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!